Bei dieser Baustelle ging es um eine Bavarockdecke, die abgehängt wurde und da braucht es diverse Löcher für die Abhängungen. Die Herausforderung ist, dass die Bohrungen winkelig zur Wand sind und immer dasselbe Mass haben. Die Arbeitsschritte waren mit dem 3D Laser ganz einfach. Man konnte den Laser auf die Wand ausrichten und dann hat man die genaue Bohrungen. Die Bohrlöcher bleiben immer gleich in der Längsrichtung wie in der Querrichtung. Daher ist es ideal, dann kann man es eingeben und dann hat man jeweils das richtige Bohrloch und ist winkelig zur Wand. Die Ankerpunkte bei dieser Baustelle liegen bei 250 bis 300 Bohrungen, so 250 Quadratmeter. Und ja, da braucht man ein Weilchen. Wie man es früher gemacht hat, mit Spickschnur, musste man mindestens zu zweit sein. Ja, mit dem 3D Laser ist der Vorteil, das kann es ein Mann machen. Da braucht es nur ein Mann mit Gerüst. Aber da ja diese eine alte Decke ist, hat es ja diverse Rohre an der Decke gehabt. Und natürlich mit dem 3D Laser geht das natürlich ideal. Dann kommt man immer dran vorbei. Bei der Spickschnur müsste man jedes Mal durchfädeln und dann geht es sowieso nicht. Normalerweise wäre man zu zweit und da ich ja zwei Tage nur für das Bohren gebraucht habe, also habe ich sicher sieben Stunden eingespart. Und das wäre ja ziemlich gespart. Mehr Informationen auf der Frage nicht mehr oder nicht mehr. Nicht nur nach der Frage nicht mehr. Mehr Informationen auf der Frage nicht mehr. Dann würde ich gerne noch auf die Frage nicht vorbereiten. Vielen Dank! Vielen Dank.